Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist UTC General und es geht auch schon los. Wir sind hier im Rennen in Abu Dhabi, 30 Grad, Außertemperatur, 14 Uhr nachmittags und natürlich ist es nur Spaß. Liebe Freunde, wir fahren zwei Runde in der S-Klasse bei Forza Motorsport 5. So, und wir kommen ja auch hier, oh, hier ist schon was los, hier ist schon was los, liebe Freunde. Wir kommen hier in die Schikane rein. Versuche ich ein bisschen zu überholen hier. Oika, okay, geschafft. Und weiter geht's. Jawohl. Oh, 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 oh. Und jetzt komme ich in die Gerade, liebe Freunde. Und Vollspeed. Abbremsen. Oh, naja, das war nicht ganz sauber. Das war nicht ganz sauber. Wie gesagt, das Rennen geht nur zwei Runde. Ich werde versuchen, sie alle zu überholen. Und dann bin ich schon hier auf der dritten Position. Und da vorne ist der Führende. Den habe ich auch gleich. Und hier kommt er. Und nein, 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 nein. Er wehrt sich noch. Jetzt bremst er ab. Was ist das? Okay, und tschüss. Hey, bleib weg hier. So, Schikane wieder. Ich freue mich auch schon auf Projekt Gas, liebe Freunde. Soll auch ein sehr gutes Spiel werden. Soll im Oktober übrigens rauskommen. So, und Vollspeed hier. Abu Dhabi übrigens eine der schönsten Strecken hier im Spiel bei FOTS 5. So, und letzte Kurve. Und in die gerade rein. Ziellinie. Und tschüss. Jawohl, liebe Freunde. Das war es. Jetzt könnt ihr im Anschluss noch die Außenansicht sehen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Das ist mein Leben. Das ist mein Kampf. Das Leben fegt ein. Doch ich stehe in meinem Mann. Ich lauf nicht weg. Ich will zwingen die Hürden des Lebens. Es werden mir Steine im Weg geworfen. Doch ich kann damit leben. Ich löse die Rätsel. Verlass erfolgreich das Labyrinth. Jeder Feind, jeder Freund, folgt mir diesen Pfad blind. Nur es ist fraglich, ob sie überleben. Ich geh mein Weg auch allein. Ich werd weitergehen. Ich mache keinen Halt. Ihr zeigt den Tod, keine Furcht. Ich wachs mich durchs Leben durch. Das Leben ist ein Kampf, der gekämpft werden will. Ich geb den Kampf nicht auf, auch gegen Gottes Willen. Ich durchspring die Regeln, um den Kampf zu gewinnen. Ich geh mein bestes Dance her. Hier macht keinen Sinn. Ich bin zwar am Ende meiner Kräfte und ich kann nicht mehr. Scheiß drauf, ich kämpf bis zum Schluss wie beim Militär. Das ist mein Leben. Das ist mein Kampf. Ich kämpf mich durch. Es bin nicht um den Verstand. Ich mache keinen Halt. Ich geh nicht auf. Das Leben ist ein Kampf. Irgendwann ist es aus. Das ist mein Leben. Das ist mein Kampf. Ich kämpf mich durch. Es bin nicht um den Verstand. Ich mache keinen Halt. Ich geh nicht auf. Das Leben ist ein Kampf. Irgendwann ist es aus. Das ist der Kampf von meinem Leben. Und ich kämpf für ihn vergeben. Ich geh als Ritter durch die Schlacht. Nein, das kann mir keiner nehmen. Ab dem Willen eines Kämpfers. Ganz egal, wie hat das Leben. Ist egal, wie oft es mich fickt. Ich stehe auf und bleibe driss. Ich renne nicht weg vor Problemen. Wie beim 100 Meter Lauf. Hürde für Hürde. Doch nein, ich geb nicht auf. Denn das Leben ist ein Test. Doch wir haben keine Angst. Quero und Sim. Hier sind zwei Rapper mit Verstand. Wir haben es erkannt. Nehmen es in unsere Hand. Mit Respekt bei dieser Sache gehen wir durch dieses Land. Wir waffnen mit dem Willen, diesen Weg zu bestehen. Kann uns keiner stoppen. Wir sind ein wahres Phänomen. Das Leben ist nicht leicht. Doch wir gehen diesen Weg. Kämpfen bis zum bitteren Ende. Es ist noch nicht zu spät. Wir werden es noch schaffen. Macht euch auf was gefasst. Denn Rap ist unser Leben. Und das Leben eine Schlacht. Das ist mein Leben. Das ist mein Kampf. Ich kämpf mich durch. Es bin nicht um den Verstand. Ich mache keinen Halt. Ich geb nicht auf. Das Leben ist ein Kampf. Irgendwann ist es aus. Das ist mein Leben. Das ist mein Kampf. Ich kämpf mich durch. Es bin nicht um den Verstand. Ich mache keinen Halt. Ich geb nicht auf. Das Leben ist ein Kampf. Irgendwann ist es aus. Das ist mein Leben. Das ist mein Kampf. Irgendwann ist es aus.